Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. im Gesicht, aber... Du... Arschgeburt! Muss man schon fast so sagen. Raketenwerfer, wisst ihr? Winches mit Raketenwerfer sind und das wir... Möchte die entfügen, ja. Ist genau derselbe, komm her. Okay, das ging ja eigentlich... ...schon fast zu gut von der Hand. Huh! Komm raus! Hih, ich kann's erwarten. Ich hab da kein Problem mit, ey. Außer mit dem Kerl, der mit seinem... ...blöden MG. Na, klebst ja an der Wand, ne. Gut, dass die Kamera überhaupt kein Störfaktor ist oder sowas im Spiel. Das find ich so gut. Ja, wer liegt denn hier rum? Jogentas Notizbuch. 23. März. Ich habe gehört, Meister Genshin übernimmt die Führung im heutigen Angriff. Ich bin jetzt noch entschlossener. Endlich bezahlt dieser verhasste Drachen-Ninja für die Demütigung, in die er uns zugefickt hat. Cho Hayabusa, du wirst sterben. 24. März. Wer ist dieser Ryu Hayabusa? Chos Sohn? Sein Vater war zu seiner Zeit wohl stark genug, aber dass solch ein Grün-Schnabel ein Drachen-Ninja sein soll, einfach lächerlich. 31. März. Der fürchterliche Rasitsu und der mächtige Gyuki von der dunklen Sekte sind beide tot. Wenn er diese Monster besiegte, dann ist der junge Ryu bei all seiner Bosheit den Titel Drachen-Ninja würdig. Die dunkle Sekte dient dem schwarzen Spinnen-Clan, die im Schatten wirkt. Sind sie wirklich doch nicht so fürchterregend, wie es scheint? Nein, ich glaube nicht. Sind von Geburt an Berserker. Hatte der junge Ninja nur Glück. 11. April. Anscheinend wurden die taktischen Ninja-Teams, die in die Stadt der Kanäle geschickt wurden, alle hingenichtet. Geschieht ihnen recht, weil sie auf Feuerwaffen vertrauten. Da, er sagt's auch. Ninjas mit Feuerwaffen sind blöd. 22. April. Ich habe gehört, dass Kuschimaru tot ist. Ich kann es kaum glauben, dass er, der das innere Auge besitzt, einfach fallen konnte. Er dachte zwar logisch, doch sein Gerede von inneren Auge gründete wohl auf nichts als unbewiesenen Theorien. Ich, Jogenta, zeige meinen Kameraden, was es bedeutet, ein wahrer Ninja des Spinnen-Clan zu sein. 23. April. Ich habe euch enttäuscht, Brüder. Adieu. Möge der Schwarzspinnen-Clan ewig gedeihen. Schwarzspinnen-Clan? Tja, große Worte von so einem kleinen Mann. Uh, Aufzug. Ah, ich wollte mich eigentlich noch umgucken. Ist jetzt blöd. Habe ich nur noch was übersehen? Ah, komm. Hallo. Geh weg. Geh weg mit ihren blöden MG´s, da kommst du nie ran. Beziehungsweise, du kommst schon ran, da verlierst du oft meine Lebensenergie dabei. Was, du lebst noch? Jetzt aber. Das glaube ich es dann. Ah, jetzt ist die Bleikugel verschwunden. Wenn ich schon mal hier bin, macht ihr alles kaputt. Ich meine, warum nicht? So, so ist es schön. Machen wir alles kaputt. Bam! Warte, ich spring daran vorbei. Nein, du sollst dich unterwandeln. Du sollst dich die Leiter hochgeben. Mehr verlange ich gar nicht. Nur, dass du die Leiter hochgehst, Ryo. Ryo Ayabusa. Uh, küsst dir. Das sieht man fast gar nicht so grau auf grau. Und hier sind noch eine. Leben der Götter. Jawoll. Dann wird es ein paar Millimeter länger. Lass mich raten. Er ist der mit dem Raketenwerfer. Wuhu. Du bist der Erste, wo es stirbt. Fähig, komm wer rein. Wuhu. Huh. Huah. Hu... Ich will euch ja nicht irgendwie jetzt in Panik versetzen, aber ich glaube, der Alarm ist an in dem Schiff, ja? Ich glaube, wir fallen irgendwie gern in Boden, wenn ich mich nicht täusche. Da war irgendwas. Der Autopilot ist aus. Weil irgendein Ninja da wieder den Zentralkomputer-Grupp machen muss. Aber frag mich nicht, wer das war. Ah, das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich in der Luft zerschnetzelt hätte. So im Herspringen und zack in der Mitte auseinander. Oh, Speierpunkt. Ah, wie lang meine Leiste schon wieder ist. Wo bin ich jetzt hergekommen? Von da vorne. Da ist eine Truhe. Wir gehen nicht mal dahin, wo Truhen sind. Hier ist absolut nichts. Nur drunter raum. Moment, wir machen das elegant. Oh Gott, hier sieht es aus. Räumt hier denn keiner auf, wenn Besuch kommt? Mein Gott. Hä? Ach, ich bin wieder am Anfang. Übrigens, Kristallschädel. Nur um das zu erwähnen. Caution. Radioaktiv. Auch nicht, hier schon wieder. Nein. Oh. Oh Gott, sag. Ryo, geh weg von dem Ding, was explodiert. Oh, die Sensei ist gut gegen die Dinger. Mit N-Mass-Zahn hat das ein bisschen länger gedauert. Ach komm, ihr geht mir auf die Eier. Wo bin ich denn hier? In Quake oder was? Okay, schuldig ganz gegen Max, das bringt überhaupt nichts. Nein. Oh, shit. Eigentlich wollte ich ja weglaufen. Nein, 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 nicht runter. Ich kann ja noch Sachen upgraden. Amadillo-Temperatur steigt, oder? Ach, das ist eine... Was? Ich dachte, blau. Blau ist doch das Upgrade-Geschäft. Ach so, ich hab den schon besucht. Ja, das erklärt natürlich einiges, worum es nicht mehr geht. Dann gehe ich hier wieder runter. Was zum Teufel ist das? Ist das der Reaktor? Sieht irgendwie lebendig aus. Tür ist zu. D2-Strich-1 sind nur Raketen. Ach, da ist eine Tür. Oh, ich hab da gerade was gesehen. Auch mal sind Geschütztürme. Ich würde doch nicht glauben, dass ich das einfach rübergehe. Oh, so an den Triebwerken vorbei. Ah, die Tragfläche bewegt sich. Das kann man jetzt überraschen. Mit dem habe ich jetzt nicht geredet. Und Speicherpunkt. Ich höre, die Tragfläche. Oh, Cocho! 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 Ich wiederhole es. Cocho! Cocho! Ach, man kann die unterm Sprung abfangen mit der Sense... ...ist du? Ähm. Nicht nur auf Nisch denken von mir, das Ding. Das ist doch cool. Hast du auch mit dem Ding zu schießen? Das ist wieder der Beweis. Pfeil und Bogen ist einfach besser in so einer Situation. Das fliegt viel schneller. War ich hier nicht schon mal? Oh, nicht mit auseinander gehauen. Das ist so geil. Ich fahre ich dir jedes Mal hinlaufen. Hier schieße ich dich lieber. Son, lass dir mal. 30 Sekunden. Son, Gino! Ich bin der Kugel. Das ist so geil. Ich bin der Kugel. 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 Der Kugel wird eigentlich auch noch eine Zeit bleiben. Wenn das Ding keiner repariert. Aber ihr habt ja keine Zeit, weil ich versuche hier zu töten. Und den schmeiße ich weg. Wunderbar, das geht so einfach. Ich bin der Kugel. Alles ist kaputt. Ich bin der Kugel. 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 So, Amekuna. Ich bin der Kugel. Hm. Sie hat lieber Suku dabei, die andere hat diesen Hammer. Total normal, oder? Fast schon. Oh, hi. Ah, ah, ah. Lass mich, lass mich, lass mich. Ah, das geht doch. Was, Interaktion? Das Reaktor wurde auch ihrer Parabel geschädigt. Hm, von wem wohl? Da muss irgendwo ein Ninja unterwegs gewesen sein, der sowas macht. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Hm, wer macht sowas? Okay, jetzt geht's nochmal in die Trugel. Oh, Lebensenergie. Und ein Shop. Hiroshi. Kann ich da irgendwas upgraden, was ich schon abgegradet habe? Nee. Nein, nicht die Tomfers. Puhi. Oh, krass. Okay, dann muss ich doch die Tomfers upgraden, weil der Rest geht alles nicht. So, dann machen wir halt die Tomfers, die ich nie benutze. Weil das ist ja egal. Vielleicht sollte ich sie mal benutzen. Aber ich bin da halt nie so ein Fan davon, von den Wachen. Oh, ja, aber wir sind jetzt ziemlich weit oben. Und früher hat nichts besseres zu tun, als über Tragflächen zu laufen von irgendwelchen Schiffen. Oh, ja, ich bin da. Ich bin daityische. Und jetzt, als ob wir die Tomfersährungen vornehmen, der auf Park und kommt wieder. Ah, noch genau vier Mal. Tragflächen. Wie oft wird er noch kommen? Das ist die wirkliche Frage. Soll auch zuhause bleiben. Das ist ein Schwarzspinnen-Fanatiker. Ah, der hat Feuerschöne. Ah, den zwei Kampf verlierst du, Genjin. Du verausgabst dich zu sehr. Du kämpfst wie ein junger Mann. Deswegen wirst du verlieren. Au. Aber er schießt mir natürlich noch Magie in den Hintern, ne? Haha, ausgewichen. Ich bin richtig schön durch die Shurikens durch. Ja, du blinzeln darfst du bei dem Kampf nicht. Nein, 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 nein! Ach, Panna! Ich muss mir ein gutes Heilzeug verhauen. Ich war also etwas schönes Verraten. Das ist nur ein Zwischenbus. Ja, das ist total uninteressant, was wir hier machen, eigentlich. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ryuu, mach dich! Das war's für mich. Schau mal! Das war's für mich. Das ist ein Geist. Das war's für mich. Das war's für mich. Der Wettbewerb. Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja liebe Leute, das ist der Boss, Genshin war einer der Vision Boss, wie gesagt, aber liebe Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Ninja Gaiden Sigma 2, ich sage immer, stay tuned, and so long.